So, und da sind wir wieder in Part Nummer 3. Ach, nö, keine Ahnung. Jedenfalls Part Nummer 2. So. Die Teile lassen sich drehen. Und wenn sie... Halt, das war schon, glaube ich, richtig. Wenn sie richtig eingesetzt sind, rasten sie ein... Ah, genau. Hasten sie ein... Ähm, ja, meine... Große. Und es muss halt, wie gesagt, nachher... Der Pfeil... Entstehen. Nee, das stimmt ja nicht. Moment. So. 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 Ah. Exzellent. Dieses Stück hier hat mir bei meinem ersten Spielen gefehlt, weil ich das... Und mir fehlt wieder ein Stück, wie ich das gerade sehe. Och, nö. Kotz mich. Ist ja wunderschön. Ach, Mann. Da sieht man es doch schon. Ja. Ja. Und mir fehlt ein Stück. Und mir fehlt ein Stück. Ah, wo finde ich das jetzt? Das liegt bestimmt noch hier. Da oben nämlich. Und das ist richtig schwer zu sehen. Finde ich. Also, ich habe es beim ersten Mal wirklich übersehen. Und der Mondlicht scheint durch das Fenster. Und dort können wir jetzt buddeln. Und haben das fehlende Stück, um das zu verschließen. Und uns fehlt noch ein Lappen, den wir hier in Wasser tauchen können. Weil wenn wir so rein wollen, das Gemälde ist mit Ruß beschmutzt. Tada. Können wir hinein. In das Rätsel. So. Ja, nischt los, ne? Dafür haben wir ihn hier. Habu. Was war denn das? Der Turm spielt verrückt. Mein Turmstab ist weg. Mein Kessel ist kalt. Ich spüre mich, die Kmalikie mit Ruß. So. Komm mal raus. Stock. Merci. Ach, ich habe was vergessen. Aha. Das wusste ich am Anfang nicht, dass die hier kaputt gehen. Weil. Ne, erstmal brauche ich die Kerze. Eine Kürze brauche ich die hier oben. Endlich vergessen habe. Oh, schämst du dich nicht. Schäme dich. Ups. Bruss. Hinein ins Verlangen. Feuer. Ich danke dir dafür. Doch ein Bruder in der Kessel nützt mir nicht viel ohne eine Zauberstab, den ich für den Kessel brauche. Nicht wahr? Da hast du. Ich benötige drei magische Gegenstände, um einen Zauberstab herzustellen. Federn, Perlen und einen Stab. Sie sollten sich irgendwo hier befinden. Ja. Dann krabbel ich mir mal das Netz. Und den Ring. Und tadaa. Wir haben ein Netz, das wir später noch brauchen. Was hast du denn hier? Drei von uns liegen auf dem Regal. Doch zwei fehlen noch. Kannst du mir helfen? Natürlich. Da unten liegen sie noch. Tadaa. Danke. Was? Ich kann nicht hören, was du sagst. An diesen Köpfen fehlt noch etwas. Ja, das stimmt. Und wenn man so ein Blindkopf ist wie ich, dann übersieht man das und das auch. Und wieder wieder ein ins Büelchen. Da hast du nämlich... Der braucht nämlich seine Zähne. Da kriegen wir die magischen Perlen. Und der braucht nämlich seine Öhrchen. Und wir haben alles. Hey. Hallo. Jetzt geht's los. Magie. Und... Und... Juhu. Pamm. Da hat er seinen magischen Stab. Urrrr. Mächte Magie ist hier am Werk. Ich kann dir bei deiner Aufgabe helfen. Wenn du mir diehst du, das Blatt, die Sonnenblume, den Schmetterling, die du bei dir und die Biene bringst, und findest diese Dinge an einem anderen Ort. Ja, wohl, mehr ist noch. Und ich weiß auch schon, wo. Uhahaha. Ich bin so schlimm. Den zweiten Teil habe ich allerdings noch nicht gespielt. Und das werde ich dann blind. Hä? Wollte ich nicht eben präsentieren? Machen. Ich bin aus Versehen wieder zurückgegangen. Und zwar finden wir sie dort. Ja, ja, ja. Da finden wir euch nämlich. Und einmal brauche ich dich. Und... Nein. Nein. Die Bälle. Und die Biene. So, dann brauche ich noch... Das. Das. Und das Blatt. Blatt. Na gut, ich höre jetzt hier mal auf. Da ist es. Bis dahin. Tschüss.